ich freue mich jetzt sind nun schon 500 stück drum bin ich auch heute eure freier im glück und allen lieben abonnenten teils wie ich attent verpennten oder leicht geschmacksverwirrten die sich zu mir hin verirrten und den channel mit geheime gutmensch tun und auch geschleime allen ernstes abonnierten und die clips auch kommentierten die es nicht mehr stört dass man mich nie retten hört sondern die die unmodernen und nun gerne kennenlernen allen die böse hetzen sondern meine verse schätzen allen freunden die mir treu und auch denen die ganz neu danke ich nach all den scherzen heute inniglich von herzen glaubt mir leute ich bin entzückt fühlt euch alle lieb gedrückt und empfangt zum guten schluss nun noch meinen pustekuss und danke danke auch von mir von eurem schnuffel dem langohrentier so wir sind dann Vielen Dank.